Wir arbeiten sehr viel mit Werksschulen bei uns und haben noch eine sehr enge Verbindung zur Uni Bremen, wo wir natürlich Absolventen, die aus der Informatik kommen, direkt wegcachen sozusagen. Was wir brauchen, sind ganz klar Leute, die implementieren können, die programmieren können und die sich auch relativ schnell in neue Technologien eindenken können und auch wissen, wo sie Informationen herbekommen, um sich diese anzueignen. Aus dem Grund besteht unser Team natürlich ganz, ganz viel aus Absolventen oder Studenten, die diese Richtung studiert haben.